Herzlich willkommen zum Online-Kongress ganzheitlich gesund und frei. Heute darf ich ein Interview führen mit Dr. Volker Schmiedl. Volker ist seit 35 Jahren tätig als Arzt, davon 20 Jahre als Chefarzt in einer ganzheitlichen Klinik. Aktuell praktiziert und lehrt er in der Schweiz im Ambulatorium Paramed. Herzlich willkommen, Volker. Ja, vielen Dank für die Einladung, Pia. Schön, bist du da. Volker, du hast ja eine Homepage und YouTube-Kanal mit diversen Videos zu Gesundheitsthemen, unter anderem zum Omega-3, worüber ich jetzt sehr gerne finde, dass ich näher einsteigen möchte in dieses Thema. Kannst du mal erklären, wieso Omega-3 für uns so wichtig ist? Omega-3-Fettsäuren gehören zu unseren essentiellen Nährstoffen, ohne die Leben einfach gar nicht vorstellbar ist. Und jeder nimmt auch ein bisschen davon zu sich. Das Problem ist, wir nehmen heute nicht mehr die optimalen Dosen zu uns, die wir eigentlich bräuchten, um nicht mehr überleben zu können. Dafür reicht es meistens noch, sondern um damit auch, ich sage mal, optimal zu funktionieren. Also die optimalen Dosen, die wir für unser Immunsystem, für unsere körperliche Leistungsfähigkeit und beim Omega-3 ist es ganz besonders wichtig, für unsere psychische Stabilität und für unsere geistige Leistungsfähigkeit brauchen. Eigentlich sollte jeder Omega-3 noch zusätzlich nehmen. Das kommt auf seine Lebensweise an. Ich gehe jetzt mal 150 Jahre zurück in unsere Geschichte. Wir haben mit denen damals gelebt. Wir waren damals überwiegend Bauern und Handwerker. Wir waren fast den ganzen Tag an der Sonne. Und wir haben einmal in der Woche, wenn es hochkam, Fleisch gegessen und wir haben viermal in der Woche Fisch gegessen, weil Fisch waren arme Leute essen. Ja, also wenn man so lebt, ist man mit Omega-3 gut versorgt, kann man heute aber nicht mehr anraten, weil wir wissen alle, die Meere sind verseucht, Wecksilber, Pestizide, Plastik. Ja, so viel wäre aus Omega-3 für uns gut, aber aus toxikologischer Sicht kann man das nicht mehr empfehlen. Das heißt, wenn wir gut ausgestattet sein wollen, empfehle ich heute einmal in der Woche ein Stück Meeresfisch und vielleicht einmal in der Woche einen Süßwasserfisch, einen Egli, einen Zander, eine Forelle. Mehr würde ich an Fisch nicht empfehlen. Und wenn wir dann eben optimale Werte haben wollen, kommen wir nicht darum herum, Omega-3 in Form von einem guten Fischöl oder auch einem Algenöl als pflanzliche Alternative zu uns zu nehmen. Ja, magst du gerade noch auf das Produkt eingehen, Fisch- oder Algenöl? Hat das Fischöl überhaupt noch einen Vorteil im Vergleich zum Algenöl? Wenn man denkt, ja, die Fische sind ja eh schon belastet. Ja, also erstmal beide Öle sind, was jetzt die Omega-3-Qualität und Quantität betrifft, sind die völlig gleichwertig. Also ein Esslöffel Fischöl sind zwei Gramm Omega-3, das ist so die Standarddosis. Ein Teelöffel Algenöl hätte dieselbe Menge an Omega-3-Fettsäuren. Was jetzt die Angst angeht vor Belastung im Öl, da müsste man dann den Hersteller fragen. Also der Hersteller, mit dem ich zusammenarbeite, ich weiß, der macht regelmäßig Überprüfung seiner Chargen. Das Öl ist dreifach hochdestilliert und gereinigt und da lassen sich Schwermetalle und Pestizide nicht mehr nachweisen. Also für dieses Öl kann ich die Hand ins Feuer legen, für andere nicht. Da müssten halt dann Anwender die Firma mal fragen. Und ich habe das mal getan, ich habe mal zehn Firmen gefragt. Ja, ich habe nur von zwei Firmen eine Antwort bekommen, was dann ja auch eine Antwort ist, wenn man keine Antwort bekommt. Ja, also da sollte man sich eine gute Qualität aussuchen. Aber das ist möglich. Es ist möglich, ein schadstoffreies Fischöl zu bekommen. Und der Geschmack von dem Fischöl, das macht man einfach so ein Thema, das... Da hat es jetzt gar nicht, da habe ich den ersten Teil der Frage nicht verstanden. Was der Geschmack, ob man da dann ein Problem hat mit dem Geschmack, wenn man ausnimmt, man Fischöl-Kapsen oder das Öl? Würden wir das alle nehmen? Ja, der Geschmack ist eine sehr gute Frage. Aus dem Grund habe ich während meiner Praxisstunden immer eine Flasche Fischöl und eine Flasche Algenöl auf meinem Schreibtisch. Und wenn ich dann eben Leuten das empfehle, und das mache ich eigentlich bei den meisten meiner Patienten, dann lasse ich die immer verkosten. Also gerade die älteren Patienten, die noch die Lebertranzeit ertragen mussten, die haben ganz große Angst, das zu nehmen, und sind dann überrascht, wie gut das schmeckt. Also es schmeckt ein Hauch nach Fisch, aber wirklich nur ein Hauch. Und das ist übrigens auch ein Qualitätsketerium. Also wenn jetzt ein Fischöl wirklich sehr, sehr, sehr fischig schmecken würde, dann würde das bedeuten, dass es ranzig geworden ist, dass es oxidiert ist. Wenn Patienten von mir Fischölkapseln mit dabei haben, dann fordere ich die immer auf, auf die Kapseln mal draufzubeißen. Und wenn die dann angeegeltes Gesicht verziehen, dann weiß ich, dass es ein ganz schlechtes Öl, was da drin ist. Ein frisches Fischöl und auch ein Algenöl schmeckt kaum nach Fisch. Wer jetzt da wirklich Bedenken hat oder sagt, ja, auch der geringe Fischgeschmack, der schmeckt mir nicht so gut, dann sage ich, okay, dann können wir immer noch zu den Kapseln greifen. Muss man halt entsprechend viele nehmen, aber das ist immer noch möglich. Und ich selber nehme das Fischöl oder das Algenöl, ich wechsle immer ab, nehme ich auch nicht pur ein, sondern ich sage meinem Patienten immer, nehmt ein Glas und macht ein Querfinger, nur ein Querfingersaft rein. Orangensaft, Tomatensaft, völlig egal. Dann das Öl mit dazu. Einmal schütteln und dann Ecks runtertrinken. Und das ist ganz wichtig, noch einen Schluck Saft hinterher und dann hat man den Geschmack auch nicht im Mund. Das geht bei 99 Prozent sehr gut und das eine Prozent kann dann auf die Kapseln zurückgreifen. Und das am besten zusammen mit der Nahrung oder unabhängig von der Mahlzeit? Ja, ganz, ganz wichtige und gute Frage. Alle fettlöslichen Nährstoffe, Omega-3-Fettsäuren, aber auch Vitamin D, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin K, alle diese fettlöslichen Substanzen müssen wir immer mit der fettreichsten Mahlzeit einnehmen. Dann wird es am besten aufgenommen. Viele meiner Patienten nehmen das morgen zum Porridge ein oder zum Müsli oder sie frühstücken gar nichts, dann wird es ganz, ganz schlecht aufgenommen. Immer zur fettreichsten Mahlzeit. Du hast in deinem Buch geschrieben, Öl des Lebens, dass Altkühe bessere Omega-3-Werte haben als Kühe, die mit Sojaprodukten gefüttert werden. Könnte man jetzt auch sagen, man nimmt direkt die Wildkräuter zu sich? Ja und nein. Also erstmal, tatsächlich ist es so, dass die Kühe, die im Stall stehen und mit irgendwelchen Kraftfutter gefüttert werden, die haben die schlechteste Versorgung, weil in Missouri ist mehr Omega-6 drin und da ist so gut wie gar kein Omega-3 drin. Also die freigehaltenen Kühe haben schon mal ein bisschen mehr und die, die in der Höhe stehen, 2000 Meter oder so, die haben noch mehr, weil wie du schon gesagt hast, die Wildgräser und Wildkräuter, pardon, haben ein bisschen mehr Omega-3. Das ist dann aber ein pflanzliches Omega-3, die ALA. Die wird nur sehr schlecht umgewandelt, wenn wir das nehmen. Wir können ja auch ein SfL-Leinöl nehmen und das dürfen wir auch. Ich habe nichts dagegen. Nur wir Menschen können die Omega-3-Fettsäure ALA aus den Pflanzen nur ganz, ganz, ganz schlecht in EPA und DHA, die maritimen Fettsäuren umwandeln. Ja, also ja, ein Bergkäse ist also von Omega-3-Aspekten ein bisschen besser als ein anderer Käse, aber richtig große Mengen kriegen wir damit auch nicht. Also müssen wir kilogrammweise am Tag Bergkäse essen, um wirklich gut mit Omega-3 ausgestattet zu sein. Als Beigabe ja, aber wenn wir gut mit Omega-3 ausgestattet sein wollen, kommen wir nicht um ein gutes Fisch oder Algenöl herum. Hast du schon mal eine Person gesehen, die einen guten Wert hat, ohne dass sie Omega-3 noch zusätzlich eingenommen hat? Nein, habe ich noch nie gesehen und kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay. Also man muss zwingend was dazu nehmen. Wenn man auf wirklich gute Werte kommen will. Also es gibt ja mittlerweile dazu auch gute wissenschaftliche Untersuchungen. Der Omega-3-Index, das ist so der wichtigste Wert bei der Fettsäuranalyse, dieser Omega-3-Index gibt im Prinzip die Summe von EPA und DHA, also den beiden wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Unter 4 Prozent ist grottenschlecht, über 8 Prozent, 8 bis 11 Prozent wäre richtig gut und der Durchschnitt in Mitteleuropa liegt so etwa bei 5,5 Prozent. Also um auf 8 zu kommen oder über 8, müsste man wirklich also drei bis vier Mal in der Woche Fische essen, Meeresfisch oder wir müssten eben einen Teelöffel Algenöl oder einen Esslöffel Fischöl verzehren. Sonst kommen wir da einfach nicht hin. Wir können es einfach nicht selber aus Leinöl bilden. Und du würdest gerade direkt das Präparat nehmen und nicht zuerst eine Messung machen? Das kommt drauf an. Also zu mir kommen ja Patienten, die schon eine Krankheit haben. Und da will ich natürlich immer erst den Ausgangswert haben, weil ich will bei denen wirklich die optimale Einstellung haben. Und dann messe ich nach drei Monaten nochmal nach. Die Messungen sind ja nicht ganz billig. Wenn jetzt jemand sagt, da zweimal messen, das kostet Geld. Ich schätze so viermal Daumen ab, was ich brauche. Und in meinem Buch gebe ich auch Anleitungen, wie man in etwa auf die Menge kommen kann, die für einen optimal ist. Nochmal jemand, der 70, 75 Kilogramm wiegt und der vielleicht dreimal in der Woche Fleisch isst und einmal in der Woche Fisch isst, der braucht zwei Gramm, also einen Esslöffel Fisch oder einen Teelöffel Algenöl. Wiege ich natürlich 90, 95 Kilogramm, dann brauche ich natürlich vielleicht auch anderthalb Esslöffel. Oder esse ich vielleicht nur einmal im Monat Fisch, dann brauche ich auch anderthalb Esslöffel. Und wiege ich 90 Kilogramm und esse auch so gut wie keinen Fisch, dann brauche ich vielleicht sogar zwei Esslöffel Fischöl. Wiege ich nur 50 Kilogramm, esse zweimal in der Woche Fisch, komme ich vielleicht auch mit einem Teelöffel Fischöl aus. Das kann man so Pi mal Daumen abschätzen. Und dann kann man ja nochmal nach drei Monaten nachmessen, wenn man es dann wirklich genau wissen will. Bei den Kindern wird ja in der Schweiz, also ich glaube Deutschland, Österreich auch, die bekommen alle Vitamin Drei am Anfang. Bei uns bis sie dreijährig sind. Idealerweise wäre wahrscheinlich noch mehr, aber sie bekommen jetzt einfach mal, bis sie dreijährig sind, wird das rezeptiert. Wieso bekommen nicht alle auch gerade Omega Drei? Ja, gute Frage. Bitte die Frage an die entsprechenden Behörden stellen. Also wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich das sofort empfehlen. Ja, weil es für so viele Funktionen gerade bei den Kindern gut ist, was die Intelligenz angeht, was ADHS angeht oder was auch Automonerkrankungen angeht. Ja, wir sehen ja die Automonerkrankungen, also Neurodermitis, Asthma oder auch Erkrankungen wie Heuschnupfenallergien, nehmen ja immer mehr zu bei den Kindern. Das hätten wir alles deutlich weniger, wenn die Kinder nicht nur gut mit Vitamin D, sondern auch mit Omega 3 ausgestattet wären. Übrigens sind die in der Regel nicht gut mit Vitamin D ausgestattet. Also zu mir kommen ja Neurodermitis-Kinder und ich messe dann bei denen auch das Vitamin D und die üblichen Dosen, die offiziell empfohlen werden, die reichen hinten und vorne nicht aus. Das sind Tropfen auf einen heißen Stein. Die haben keinen ganz, ganz krankgradierten Mangel, aber es reicht auch nicht aus, um sie von Neurodermitis zu schütten. Also ich hätte da ganz andere Empfehlungen. Magst du die teilen, was da die Empfehlungen sind, wie viel du geben würdest? Ja, wir können ja gerne mal, ich habe da ein paar Folien vorbereitet, wir können ja gerne mal mit Vitamin D mal reingehen. Also das ist ja der Grund, warum man überhaupt angefangen hat, den Kindern Vitamin D zu geben, man möchte Rachitis verhindern. Also die furchtbare Krankheit, die wir seit der industriellen Revolution bei unseren Kindern haben, zuerst aufgetreten in London mit den hohen Häuserschluchten, mit dem Smog. Und dann hat man dann festgestellt irgendwann, wenn man die Kinder unter die Höhensonne setzt, das ist so eine Aufnahme aus den 30er-Jahren in London, dann können die durch die UVB-Strahlung, können die selber ihr Vitamin D bilden und dann ist damit die Rachitis besägt. Später in den 50er-Jahren hat man den Kindern dann den sehr beliebten Lebertran gegeben. Ja, war eine Qual für die Kinder, aber es war natürlich gut wegen des Vitamin Ds und ein bisschen Omega-3 im Lebertran auch noch drin. Das müssen wir heute ganzer Dank alles nicht mehr. Es gibt da sehr neutral oder wohlschmeckende Vitamin D und Omega-3-Präparate, ist heute alles kein Thema. Aber das war ursprünglich die Ursache dafür. Und ich habe hier mal Daten aus Deutschland. Ja, da hat man mal untersucht, wie sich die Vitamin D-Spiegel im unterschiedlichen Lebensalter verändern. Und wir sehen hier also die kleinen, ein Jahr, unter ein Jahr, die sind noch relativ gut versorgt. Das hier ist Nanogramm pro Milliliter. Und 40 Nanogramm pro Milliliter ist meine untere Kremsgrenze. Ich möchte alle Menschen, Kinder, Jugendliche, Kreise, ich möchte die alle bei 40 bis 60 haben. Das sind die optimalen Werte. Und im Durchschnitt reichen die heran. Und in Deutschland wird das so nach anderthalb Jahren beendet. Und dann rauschen die mit ihren Werten runter auf die Werte von 80-Jährigen. Okay, wenn es in der Schweiz weitergegeben wird, aber es wird auch im ersten, zweiten, dritten Lebensjahr in nicht optimalen Dosen gegeben, dann rauschen die halt ein, zwei Jahre später runter. Ja, also für mich müssten die Kinder höhere Dosen nehmen, als im Moment empfohlen. Und sie müssen es im Prinzip ihr ganzes Leben nehmen. Ich würde niemals damit aufhören. Ja, und das sind mal Empfehlungen. Das ist so eine Doktorarbeit gewesen aus Deutschland. Und das sind Empfehlungen, die Dr. Hollig ausspricht. Hollig ist einer der weltweit größten Vitamin-D-Experten, die es überhaupt gibt. Ja, und der hat schon 2008, also sagen ich schon uralt, in der Zeitschrift Clinical Nutrition empfohlen, dass 0 bis 6 Monate alte Kinder 1.000 nehmen sollten, 6 bis 12.500, 1 bis 3 Jahre 2.500, 4 bis 8 Jahre 3.000 und über 9 können die bereits 4.000 bekommen. Erwachsene bekommen bei mir in der Regel 5.000 Einheiten. Ich muss jetzt vor diesen Empfehlungen warnen. Also mit diesen Empfehlungen macht niemand etwas verkehrt. Aber wenn Sie damit mit Ihrem Arzt drüber reden, ja, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Das sind ja Überdosierungen bei den Kindern. Um Gottes willen nicht so hohe Dosen geben. Auch bei den Kindern kann man Vitamin-D messen. Muss man vielleicht nicht im Screening bei jedem machen. Ich selber messe eben bei allen meinen Neurodermitis-Kindern. Ich habe eigentlich, bin kein Kinderarzt. Ja, zu mir kommen nicht viele Kinder. Aber wenn Kinder kommen, dann sind das Neurodermitis-Kinder. Und die haben alle eine Substitution und die haben alle grottenschlechte Werte. Und meine Erfahrung deckt sich damit, dass die Neurodermitis-Kinder, für die kann ich sagen, die brauchen genau die Dosen, um auf gute Spiegel zu kommen. Und die meisten davon kommen nicht nur mit Vitamin D, ich gebe auch noch ein paar andere Sachen. Omega-3 ist auch immer mit dabei. Manchmal noch Selen und Zink. Dann kommen die in vielen Fällen auch aus der Neurodermitis heraus. Und diese Dosen bekommen Sie auch im Sommer? Allen meinen Patienten sage ich immer, das sind die Winterdosen. Im Sommer sollten wir es aber auch weiternehmen. Zumindest an den Tagen, wo wir nicht in die Sonne kommen. Und das scheint ja bei uns leider nicht jeden Tag im Sommer die Sonne. Also wenn es bewölkt ist, dann muss ich diese Dosen, die ich einmal für mich gefunden habe, auch weiter einnehmen. Und wenn ich im Büro bin bis 18 Uhr oder in der Praxis und komme nicht raus an einem Sonnentag, muss ich natürlich auch nehmen. Also das gilt nur, dass ich das Vitamin D weglassen kann, wenn ich auch größere Teile meiner Körperoberfläche als nur Unterarm und Gesicht der Sonne aussetze. Und wenn ich mindestens zehn Minuten in der Sonne bin und zwar ungeschützt, also auch keine Sonnencreme aufgetragen habe. Und zehn Minuten, da kriegt man ja noch keinen Sonnenbrand, selbst in der Mittagszeit in der Sonne. Und man hat mal ausgerechnet, wenn so ein Erwachsener in die Body geht, mittags um zwölf, im Hochsommer und er legt sich zehn Minuten auf den Rücken und zehn Minuten auf den Bauch, dann bildet er 10.000 bis 20.000 Einheiten Vitamin D. Das sind unsere natürlichen Dosen. 10.000 bis 20.000. Ja, und da regen sich dann einige auf, ach, du nimmst über 1.000, das ist doch viel zu viel, du kriegst doch eine Überdosierung. Das sind unsere natürlichen Dosen, für die die Biologie uns vorgesehen hat. Aber überdosieren kann man nicht, wenn man jetzt im Sommer an die Sonne geht, plus noch Vitamin D einnimmt. Ja, ich würde es dann eben nicht tun. Also entweder Vitamin D einnehmen oder die Sonne. Beides zusammen würde ich dann nicht tun, zumindest an den Sonnentagen nicht. Ja, dann könnte es schon ein bisschen zu viel werden. Aber man muss wirklich gravierende Fehler begehen, um wirklich eine richtige Überdosierung zu kommen. Ja, ich habe das gesehen, also wenn Leute fünfstellige Summen von, fünfstellige Mengen von Vitamin D eingenommen haben über Monate, dann sind ja auch mal in die Überdosungen gekommen. Das ist möglich. Also darum bitte an die Empfehlungen halten, die ich zum Beispiel in meinem Nährstoffbuch auch gebe oder in meinen Videos. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die sagt, beim Erwachsenen können 4.000 Einheiten ohne Bedenken und ohne Laboruntersuchung gegeben werden. Es ist damit nicht mit einer Überdosierung zu rechnen. Kinder entsprechen des Gewichtes weniger. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und wer 5.000 Einheiten nimmt oder mehr, der sollte irgendwann mal messen. Das ist überhaupt keine Frage. Wie ist es denn beim Omega-3? Wie viel sollten da die Kinder einnehmen? Das ist natürlich auch gewichtsabhängig. Also wenn man jetzt sagt, der Erwachsene sollte eben mit Normalgewicht, sollte diese zwei Gramm nehmen am Tag, also ein Essel zu Fischöl, dann würde ich halt einem Kind, was so 35 Kilogramm wiegt, einen Teelöffel geben. Ein Kind, was 17 Kilogramm wiegt, würde ich dann einen halben Teelöffel geben. Und ein Kleinkind, darf Omega-3 schon in den Brei bekommen. Und zwar, man kann das dann tropfenweise machen. Es gibt auch Präparate, wo so eine Pipette mit dabei ist. Da empfehle ich für das Kleinkind zwei Tropfen Fischöl oder ein Tropfen Algenöl pro Kilogramm Körpergewicht. Damit liegt man immer richtig. Und wenn man eben da so mit dem Gewicht dazwischen ist, dann muss man so ein bisschen interpolieren, so ein bisschen abschätzen. Im Zweifel, aber im Zweifel ruhig ein bisschen mehr als meine Faustregel von eben. Man kommt da, wenn man ein bisschen mehr gibt, kommt man nicht in Übersetzung rein. Halt nicht die Erwachsenendosis geben. Das würde ich nicht machen. In deinem Buch hast du auch geschrieben, dass die ADHS-Kinder so extrem schlechte Werte haben. Ja, zur ADHS habe ich auch mal ein paar Folien vorbereitet. So, da habe ich mal zwei Meta-Analysen zusammengetragen. Also das ist eine Ansammlung von verschiedenen Studien zur gleichen Thematik. Und da hat man mal neun Studien gehabt und hat gesehen, bei den ADHS-Kindern ist das Omega-3 im Blut hochsignifikant niedriger als bei den gesunden Kindern. Also die haben einen viel gravierenden Mangel. Also Kinder, die kein Omega-3 nehmen, die haben auch keine sehr guten Werte, aber die ADHS-Kinder haben nochmals niedrige Werte. Also ganz klar, Omega-3-Mangel ist ein Risikofaktor für ADHS. Und hier eine Meta-Analys sogar mit 16 Studien, wo man dann interventionell Omega-3 gegeben hat. Und man fand ganz klar, wenn diese Kinder Omega-3 bekommen haben, dann hatten sie hochsignifikant weniger Hyperaktivität und weniger Aufmerksamkeitsstörung. Also sowohl epidemiologisch in großen Übersichtsstudien als auch interventionell in der Gabe im Vergleich zu Placebo findet man ganz deutliche Effekte. Und ich habe hier mal so eine Kasoistik noch zusammengetragen. Ein Patient von mir, der kam zu mir, seit zwölf Jahren alt war, Ben, ständige Unruhe in der Schulklasse, der Lehrer gibt ständig Strafen, trinkt dann schließlich auf Untersuchungen beim Schulpsychologen. Der sagt ganz klar, Ben hat ADHS. Ja, und das ist natürlich Ritalin genommen werden. Ja, sehe ich nicht ganz so. Ich sage immer, ADHS ist keine Ritalin-Mangelkrankheit, auf gar keinen Fall, sondern ist eine komplexe Störung. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber Omega-3 ist für mich einer der ganz wichtigen. Ja. Wir haben bei den Benemessungen gemacht und wir haben hier mal das Verhältnis von AA zu EPA gemessen. Oh, was ist das jetzt? AA ist die Acharidonsäure, die kommt den tierischen Fetten vor. Also Butter, Fleisch, Wurst, Käse. Davon sollte man eher nicht so viel haben. Das ist nicht so gut bei ADHS. Und EPA, das ist die wichtige Omega-3-Fetze aus den Fischen und aus dem Algenöl. Und der Quotient war 35. Er hat also 35 Mal so viel von der schlechten wie von der guten gehabt. Normal in der Bevölkerung, nochmal, wenn jemand dreimal in der Woche Fleisch ist, einmal in der Woche Fisch ist, dann hat er so einen Spiegel von etwa 10. Optimal, also bei Depression, bei Rheuma, bei Asthma, bei Neurodermitis oder bei ADHS, da möchte ich einen Wert von 2,5 haben. Also der war mit 35 weit, weit entfernt. Sein Omega-3-Index, den haben wir auch gemessen, war mit 3,7 Krotten schlecht. Ich habe vorhin schon gesagt, unter 4 ist richtig schlecht, über 8 Prozent ist gut. Ich habe ihm dann anderthalb Esslöffel Fischöl gegeben, drei Gramm, also mehr als die normale Dosis. Ja, weil mit zwölf Jahren war er fast ausgewachsen, aber er hat ja ganz, ganz schlechte Werte gehabt. Also da wären wir mit einem Esslöffel nicht zu Potte gekommen. Und ganz spannend, nach drei Monaten fragten die Eltern der Mitschüler und auch die Klassenlehrerin, was denn mit dem Ben los sei. Er habe sich ja so verändert. Er hat eine deutlich bessere Konzentration und ein deutlich besseres Sozialverhalten. Also das ist etwas, was man hier allein mit Omega-3 erreichen kann. Und mir tun die Kinder so leid, die diese Behandlung nicht bekommen. Zumindest als ein Baustein. Für die Intelligenz gibt es ganz ähnliche Daten. Also hier mal eine Studie, wo man nicht den Kindern, sondern wo man den Schwangeren Omega-3 gegeben hat. Und zwar von der 18. Schwangerschaftswoche bis zu drei Monate nach der Geburt, also ein Teil der Stillzeit war dann auch noch mit dabei, haben die Kinder zehn Milliliter Dorschleberöl bekommen. Das entspricht etwa acht Milliliter Fischöl von der Omega-3-Menge. Man hätte auch einen Teelöffel Algenöl geben können oder Maiskeimöl als Kontrolle. Und da hat man im Alter von vier Jahren bei den Kindern einen Test gemacht. Also die Kinder haben dann kein Omega-3 bekommen. Also ich würde den Kindern immer während des ganzen Lebens Omega-3 geben. Und dann hatten die gesehen, die Kinder mit Omega-3, wie gesagt, nur in der Schwangerschaft der Mutter, hatten bei diesem Test 106 Punkte gehabt. Und die Kinder mit dem Maiskeimöl hatten nur 102. Und hier dann auch die Grafik dazu. Die haben verschiedene kognitive Funktionen gemessen. Und hier, das war jetzt so der gemeinsame Wert, der Score-Wert von allem zusammen. Und ganz klar, die Kinder waren nach vier Jahren noch deutlich intelligenter als die anderen. Und wie gesagt, ich würde es den Kindern weitergeben über die Stillzeit hinaus. Und dann hätten die vielleicht noch bessere Werte und vier Punkte im Unterschied. Das kann halt ausmachen, in welche Schulform dann auch mal später mal kommt. Das ist so, so wichtig. Und du würdest es den Kindern aber erst geben, wenn sie nicht mehr gestillt werden? Vorher sollen es die Mütter nehmen, oder würdest du es schon? Ja, ganz genau. Also ich würde den Kindern erst dann Omega-3 geben, wenn sie auch selber Nahrung zu sich nehmen können. Aber das kann in den ersten Rüble-Brei, kann das schon reingemacht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, in der Stillzeit sollte einfach die Mutter gut versorgt sein. Die Natur sorgt ohnehin dafür, dass das Kind eher bevorzugt wird, was Omega-3 angeht, sowohl über die Plazenta als auch über die Muttermilch. Das sollte mit der Omega-3-Einnahme vor allen Dingen die Mutter sich selber schützen. Wir kennen das ja, den Brain Fog, den viele Frauen am Ende der Schwangerschaft oder nach der Geburt haben. Oder auch die perinatalen Depressionen. Kurz vor oder nach der Geburt kommen die Mütter in eine schwere Depression. Der Hauptgrund dafür ist, dass quasi das Kind über Plazenta und die Muttermilch die Mutter an Vitamin D und Omega-3 im wahrsten Sinne des Wortes aussaugt. Ja, also zu ihrem eigenen Schutz sollte die Mutter gut mit Vitamin D und Omega-3 versorgt sein. Und da habe ich auch noch mal ein schönes Beispiel. Das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch mal bringen. So, das ist eine Karolistik von Lisa. Also das ist jetzt nicht das Foto von Lisa. Das habe ich auch aus dem Internet gekauft. Aber so können wir uns Lisa vorstellen. Und im Alter von zwei Monaten war der Kinderarzt total erstaunt, als er Lisa gesehen hat, weil Lisa konnte den Kopf schon selber heben und halten. Und sie konnte mit dem Arzt Blickkontakt aufnehmen. Und der war völlig baff, ja, weil er sagt, es ist normalerweise erst nach drei oder vier Monaten üblich. Und das Geheimnis war dann folgendes. Die Mutter war zu Beginn der Schwangerschaft zu mir bekommen. Und ich hatte sie frühzeitig mit Vitamin D und Omega-3 eingestellt. So mit guten Dosen. Die Mutter hat 4000 Einheiten bekommen. Und drei Gramm, also auch anderthalb Esslöffel Fischöl. Und natürlich habe die Werte kontrolliert. Die waren bei der Mutter wirklich sehr gut. Und daher können wir davon ausgehen, dass eben auch das Kind damit gut ausgestattet ist. Was dann zur Folge hatte, dass sowohl die motorischen als auch die kognitiven Funktionen bei ihr schon weit, weit vor der normalen Zeit gut ausgeprägt waren. Sehr spannend. Ich glaube, jetzt haben wir einen wundervollen Überblick über das Vitamin D3 und das Omega-3 erhalten. Und wie wichtig es ist, dass man das wirklich noch zusätzlich nimmt und in genügender Dosierung. Ganz genau. Die Quantität muss stimmen und die Qualität muss stimmen. Ich habe auch noch ein paar Präparate da. Wenn jetzt jemand wirklich fragt, was würde man denn einnehmen wollen? Es gibt eine ganze Reihe von guten Präparaten. Also das ist das Präparat von der besagten Firma, von der ich weiß, dass es nicht schadstoffbelastet ist, weil wir es regelmäßig überprüfen lassen. Das gibt es eben als flüssiges Öl. Wenn es irgendwie geht, gebe ich den Kindern auch gern das Öl. Wie gesagt, das kann man in den Brei reinrühren, in den Joghurt reintun. Und wenn die von klein auf dran gewöhnt sind, dann haben die auch überhaupt keine Probleme, das einzunehmen. Ältere Kinder, also im Alter von drei, vier, fünf, sechs Jahren, wenn man damit erst beginnt, kann es sein, dass die manchmal Probleme haben. Die Kapseln sind ein bisschen groß für die kleinen Kinder. Man müsste sechs große Omega-3-Kapseln nehmen, um auf die Menge von einem Esslöffel zu kommen. Wer jetzt aus ideologischen Tierschutzgründen, welchen Gründen auch immer, kein Fischöl nehmen möchte, der kann eben gern Algenöl nehmen. Ein Teelöffel Algenöl würde vier dieser großen Omega-3-Kapseln entsprechen. Und für Kinder gibt es nochmal Spezialpräparate. Also hier ein Öl, das ist quasi eine Mischung aus Fisch- und Algenöl. Da haben wir dann EPA und DHA in gleichen Mengen drin. Und da ist dann noch ein natürlicher Geschmacksstoff drin, wirklich ein natürliches Aroma. Das schmeckt also noch ein bisschen besser. Die meisten Kinder können das sehr gut nehmen. Oder es gibt seit einiger Zeit auch Jellies. Da muss ich jetzt warnen. Also diese Jellies muss man vor den Kindern verstecken. Und man kann so ganz grob sagen, pro zehn Kilogramm Körpergewicht, ein Jelly wäre die richtige Dosis. Seit einiger Zeit, bin ich auch sehr froh darüber, gibt es auch Algenöl-Jellies. Und es gibt gerade auch für die ganz Kleinen mittlerweile ein Algenöl mit einer Tropfpipette, wo man also wirklich dann tropfenweise, wie ich vorhin gesagt habe, ein Tropfen Algenöl pro Kilogramm Körpergewicht die Kinder dann ganz, ganz genau damit einstellen kann. Also das wollen wir erreichen. Kluge, gesunde Kinder. Du hast schon meine Bücher erwähnt. Also rechts haben wir dieses Omega-3-Buch, Öl des Lebens. Übrigens mein erstes Buch, was ich in der Schweiz geschrieben habe. Sonst habe ich nur bei deutschen Verlagen geschrieben. Also das ist beim FONA-Verlag erschienen in Lenzburg. Bin ich sehr, sehr stolz darauf. Und schon in der mittlerweile dritten oder vierten Auflage. Links sind wir mein Nährstofftherapie-Buch. Das ist ein Buch, was jetzt wirklich für Menschen gedacht ist, die sehr an Nährstoffen interessiert sind. Also schon ein bisschen dickere Bretter gebohrt werden. Eigentlich für Therapeuten geschrieben, aber interessierte Laien kommen damit durchaus auch sehr gut zurecht. Und damit bin ich auch schon am Ende. Hier nochmal, ja vielleicht nochmal Werbung für meine Homepage. Da habe ich ganz viele Informationen auch drauf. Und man kann auch einmal im Monat meinen Newsletter bestellen. Man bestellt den einmal, bekommt den dann immer einmal im Monat, wo ich über viele, viele, viele Themen schreibe. In der Menüleiste findet man auch meinen Videokanal. Ich habe mittlerweile mehr als 200 Videos zu den verschiedensten Themen. Neurodermitis, Rheuma, Migräne und so weiter. Und zu den verschiedenen Nährstoffen Zink, Selin und so weiter. Die Omega-3-Produkte, die ich vorgestellt habe, kann man bei Norsan bestellen in der Schweiz. Und wenn man den Code VS1325 angibt, bekommt man sogar etwa 10% Dauerrabatt. Die Fettsäureanalyse kann man dort auch bestellen. Man kann also aus dem Finger Blut entnehmen und kann selber zu Hause eine Analyse machen. Muss man nicht zum Arzt gehen. Da gibt es allerdings den Rabatt nicht drauf. Und vielleicht haben wir auch deutsche oder österreichische Zuschauer. Die können bei norsan.de bestellen. Und da gibt es sowohl auf die Fettsäureanalyse als auch auf alle Präparate. Allerdings nur bei der Erstbestellung immerhin 15% Rabatt. Herzlichen Dank für diesen Überblick und für all die wichtigen Informationen. Ich glaube, da kommt jetzt jeder etwas mitnehmen und sehen, wie wichtig es ist, dass man sich gut versorgt mit diesen Präparaten. Ja, vielen Dank für die Fragen und die angenehme Interviewatmosphäre. Und an die Zuschauer zu Hause, bitte tun Sie etwas für sich und die Gesundheit Ihrer Kinder. Und für mich sind einfach Vitamin D und Omega 3 da zwei unersetzliche Bestandteile. Viel, viel Erfolg. Alles Gute für die Gesundheit. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.